Willkommen zurück zu Jens Let's Play Minecraft und ich bin jetzt mal auf unserem Dach. Hallo! Und wie du siehst, wir sind immer noch im Let's Play, im Live-Let's Play. Und was haben wir uns vorgenommen? Genau, ich wollte mir eigentlich noch mal mit unseren Eisenbarren, wollte mir vorsichtshalber noch mal ein paar Schwerter und sowas herstellen. So, warte, warte, bleib mal dran. So, ich bin zuerst einmal noch Schaufel, können wir noch mal machen. So, ein Schwert auch, genau. Eine Axt wäre auch gar nicht mehr so verkehrt. Ja, sehr schön. So, da haben wir wieder ein bisschen was. Können wir da wieder ein bisschen horten, ein bisschen buckern. Dann haben wir nämlich davon auch wieder ein bisschen parat. So, das da hin. Das packen wir da hin. Wie gesagt, bin immer so ein Sortierfuchs bei sowas. Ich muss mich echt dran gewinnen, in die andere Kamera zu gucken. Das ist, das ist so total ungewohnt. Und jetzt vibriert auch noch mein Handy, weil permanente Nachrichten kommen. So, das war da und das war hier oben, ne? Genau. Ja, wunderbar. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Fackel, können wir ruhig mal. Ah, nee, lassen wir mal. Wir gehen ja jetzt in die Höhle. In die Höhle des Löwen. So. Hier war der Höhleneingang, ne? Genau. Ich würde gerne mal eben mir das hier zubauen. Mit Erde. Wir haben ja genug Erde. Wir können mit der Erde ja rumprahlen. Wir haben ja so viel, dass wir da, ja, und was haben wir davon? Können wir ja gerne ruhig mal hier zubauen, weil es nervt dir, dass der Creeper ja alles kaputt gemacht hat. Und dann soll das ja schon ordentlich hier bleiben. So. Das wird meine Gruft. So. Zack. Können wir die letzten 27 auch wieder wegpacken. Und im Prinzip ist es ja auch gleich egal eigentlich, ob es Nacht oder Tag ist, weil wir ja eh in der Höhle sind. In der Höhle. So. Lalalalala. Kannst du dich noch dran erinnern? An den Dings? Äh, an den Zauberer? Oder an den Hexer? Ich hab den nie wieder gesehen. Ich hoffe, wir sehen ihn heute nicht wieder. So. Und wir haben ja so viele Wege hier noch, die wir noch erkunden müssen. Ich glaube, hier... Ich glaub, da hinten... Stimmt, da hinten waren wir gewesen, ne? Da war, glaub ich, nichts mehr. Außer darunter ging's, glaub ich, noch. Das heißt, wir müssen mal... Ich geh mal hier lang. Wie, das ist schon so lange... Schon so lange her, wo ich... Wo ich Minecraft Let's Played habe. Mist, jetzt hätte ich doch ein bisschen Erde gebrauchen können. Egal, nehm ich mir irgendwo hier was weg. So. Und... Zack. Und nochmal hier noch was weg. Und... Zack. So, und dann nehm ich noch da was weg. Zack. Und dann kann ich nämlich hier ein bisschen... Hast du auch gehört, ne? Ist ein bisschen, äh... Ein bisschen größer, die Höhle, glaub ich. Steine können wir ja auch immer gebrauchen. Deswegen können wir im Sommer mal nicht so sparsam sein, sondern ruhig mal verschwenderisch. Ich frage mich... Huch, das war falsch. Ich frage mich gerade. Ich glaube, ich hatte hier schon mal... Ach, hier sind wir. Ja. Ja. Irre. Warum explodiert der nicht? Ah, jetzt. Okay. Natürlich. Natürlich. Weißt du, manchmal hinterlässt der so einen riesen Krater und jetzt auf einmal nicht mehr. So, hier unten ging es noch weiter. Da wollte ich mal gucken. Da war auch der Hexer. Der Hexer. Der Hexer. Ich werde mal Licht machen, damit ich weiß, wo der Ausgang ist. So. Und hier die Kohle. 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 Kohleabbau. Kohle, 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 Kohle. Da ist ein Wasserfall. Boah, wie wir das Wasser aufhalten mussten. Boah, das war ja auch so eine Aktion, ne? Boah, das ist... Wahnsinn. Aber macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, obwohl ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, was Minecraft anging, also jetzt hier so, so, wie es damals noch gar keine Playstation gab, wie ich das mal gesehen habe, weil ich so, naja, ob das was für mich wäre, aber jetzt habe ich voll Spaß damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schön, dass ich euch da mitnehmen darf und mitnehmen kann. So, warte mal. Das werde ich mal nach da packen. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Genau. Ich werde mal schauen, kann ich das Wasser hier aufhalten? Natürlich nicht. Nein, war klar. War klar, dass es in die Richtung fließt. Oh, ich hasse das. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser. Ich hasse Wasser. Anstatt ich einfach so mache, ne? Braue ich nichts zu sagen. Nein, sag nichts. Sag nichts. Flex, du bist doof. Ich weiß, dass ich doof bin. Nein, doof nicht. Vielleicht ein bisschen unbeholfen. Sagen wir mal so. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Licht hier rein. Damit ich... Alter, finde, wo kommen wir denn hier hin? Ich werde den hier wieder rausfinden. Hallo? Ah, da geht's mal. Ah, ich glaube... Ah, Moment. Ich glaube, da oben waren wir schon mal. Ich glaube, da waren wir schon mal gewesen. So, warte. Ja, hier ist noch eine Fackel von uns. Stimmt. Ja, ja, ja. Hier geht's wieder nach oben zu dem... Ah, okay. Ja, gut. Ganz schön verwinkelt hier das Ganze alles. Aber hier unten waren wir noch nicht. Und ich... Bitte was? Geil. Mitnehmen. Mitnehmen. Natürlich. Brauchen wir ein bisschen länger für, aber egal. Was wir haben, haben wir. Ich bin ein fleißiger Goldgräber. Ich arbeite in einer Mine. Lalalalalalalala. Haben wir das jetzt aufgesammelt? Hä? Wieso sammelt ihr das Gold nicht auf? Müssen wir das anders abbauen? Äh... 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 Ich weiß gar nicht, wir müssen wir Gold anders abbauen wie... Wie Eisenerz und so. Ich kann mich da gar nicht dran entsinnen. Dass auf einmal Gold verschwindet. Okay. Aber wie gesagt, wir haben hier jetzt echt neu. Das so... Hallo. Aha. Oh ja. Warte. Warte. Nein, geht nicht. Äh... Zack. So, das... Was hätten wir? Ich höre ein... Ich höre da tatsächlich ein, ein Skelett. Oh nein, ey, Mann. Warte. Oh, Mist. Fuck, 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 fuck. So weit runter wollte ich gar nicht. Boah, ich grab mich hier in mein eigenes Grab, glaube ich. Das ist so mies gerade. Mann. So, äh... Aber wir sehen, wir finden die auch wieder raus. Warte mal. Das ist das... Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das weiße, da bin ich fest von... Okay, jetzt können wir hier auch wieder raufklettern. Das ist super. Aber das ist Gold. Ah, da oben ist auch Gold. Müssen wir... Müssen wir Gold anders abbauen? Aber wenn ich doch hier rumhacke. Da müsste doch... Ihr könnt mir das wahrscheinlich sagen. Schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie zu doof, um Gold abzubauen. Oder vielleicht die Leute hier im Stream. Vielleicht könnt ihr mir ja ein bisschen helfen gerade mal. Könnt ihr ruhig mal schreiben. Wie gesagt, live, let's play. Immer noch. Ich trau mich mal. Oh, ich höre den... Oh, ich höre den... Ne, ich höre den Hexer. Ich höre das Blubbern. Der ist da unten. 100 Pro ist der da unten. 100%ig ist der da unten. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. 100 Pro. So. Dann weiß ich, da gehe ich rein. Okay. Ich guck mal hier. Vielleicht ist er ja gleich verschwunden. Oh, geil. Und dann können wir wieder da rein. Gold nur mit Eisenspitzhacke. Ist doch Eisenspitzhacke, oder? Nein, Steinspitzhacke. Oh, super. Ach, jetzt schmeiße ich auch noch die Steinspitzhacke weg. Ich bin doch ein Held. Gibt's doch gar nicht. Aber danke für den Tipp. Hey, guck mal hier. Ist ja geil. So. Zack, 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 zack. So, da oben ist das Goldpro. Hören wir das mal aus. Habe ich doch mit, ne? Ja, Eisenspitzhacke. So, müsste ja funktionieren, ne? Ja, Tatsache. Gibt's doch gar nicht. Hey, erstmal danke für den Tipp. Ne? So, haben wir da ein bisschen Gold gefunden? Dann hätte ich das Gold, was hier unten drin war, hätte ich auch... Ja, egal. Muss man ja auch alles mal wissen, ne? Ich höre den... Oder? Oder ist das gar nicht der... Ach nee, das ist Lava. Was so blubbert. Das heißt, hinten war auch Lava gewesen. So. Hallo Shelly. Willkommen zum Live-LP. Ja, wie gesagt, Live-LP für die Leute auf YouTube. Ich bin immer noch im Stream. Ich, äh... Nehme das Ganze auch auf. Ja. Falls du, wie gesagt, falls du mal dabei sein willst, ich werde das auch nicht ankündigen. Großartig. Sei einfach mal... Schau einfach mal vorbei. Dann, ähm... Dann kannst du mal mit live dabei sein und mal zusehen, was passiert, wenn dann die Aufnahme abgeschlossen ist. So, ich traue mich jetzt trotzdem mal nochmal in die Richtung zu gehen, um mal zu schauen... La, 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 la... Wo wir hinkommen. Das kann ja dann auch nur Lava sein. Oder? Warte. Warte, 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 warte. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß sie nicht. Ich platziere die mal alle links. Was ist das? Ich bin so ein... Äh... Wo ist der Minitroll, den vermisse ich schon. Die ist, äh... Der ist in der... Huch! Die ist in der... Oh, Entschuldigung. Äh, die ist in der, ähm... Ähm... In der Welt von... In der Über... Ja, Überlebensmodus in den, äh, äh... Spielmodus Creative. Auf einer anderen Map. Das ist ja hier, wie gesagt, das Live-Let's-Play oder Let's-Play-Map. Was ist das denn hier? Das kann ich gar nicht abbauen. Okay. Alter, Finne. Oh, so viel Eisenerz. Geh weg. Ich will zum Eisenerz. Ich hör schon wieder... Ich hör irgendwo das... Da oben ist das Skelett. Oh, Mist. Oh, nein. Ich wusste das. Die sterben. Nein, 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 nein kann man mitnehmen okay achtet ob ob sie obsidian obsidian das geht nur mit einer diamant hake okay danke für den tipp ihr seid die besten ich habe sowieso keine ahnung von das ist auch für die leute die auf youtube zu gucken ich bin so gut was warte mal geht das so ich probiere das maus müsste doch verschwinden oder ja geil ja super bin und hält das war jetzt ich das weiß ich glück da drüben ist noch ich weiß gar nicht ob ich das riskieren soll mir da eine brücke hinzubauen also die wand nicht gut die wand gar nicht gut gar nicht gut gar nicht gut überhaupt nicht gut das heißt wir können mal schauen dass wir vielleicht mal irgendwie weil ich würde gerne wissen was da ist das ist ja das das ist ja echt das interessante an minecraft weil dann entdeckt man so viele sachen man will immer mehr entdecken immer mehr immer mehr ach so du baust 18 stück ab steine ab und kannst davon ein hüllen portal bauen okay gut zu wissen danke stimmt in die hölle da müssen wir auch noch gehen das haben wir auch noch nie gemacht und da ist zum beispiel diamant ich sehe diamant das heißt wir müssen irgendwie diamant abbauen ich weiß noch nicht wie wir das machen mal gucken da hilft ihr mir wahrscheinlich gleich und was wo ist das sind oh nein da ist der hexer der hexer ist schon wieder da wo ist er hin der hexer lief dahin du hast ihn auch gesehen du hast den hexer auch gesehen alter wie geil was ist das denn ich baue das mal ab einfach das ist redstone kann das sein tatsache redstone gefunden da ist er da ist er da ist er der sieht uns aber der wirft nichts aber nicht gerald von river gerald von rüber was ist da oben darum geht es auch noch weiter man dieser dämliche hexer der hat mich einmal verzaubert und dann bin ich so gestorben und habe das nicht wiedergefunden wo ich war aber hier eisenerz ist eisenerz ist immer gut ich würde gerne hier diamant abbauen ich werde ein bisschen mutiger man merkt es ich versuche mal eben warte mal du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht so er kann mir jetzt erstmal gar nix und ich werde jetzt erstmal hier die lava verschwinden lassen so ha ha da kann ich darüber gucken riesen höhle oder einer finde ist ja mal richtig geil wieder für die folge jawohl jawohl sehr geil du kannst ruhig sterben am nix dagegen hallo säckchen willkommen zum live lp von minecraft ich hätte das eingeschaltet hast ist hier noch mehr diamant so hallöchen an alle willkommen zum live lp falls ihr euch fragt warum ich immer da in diese kamera gucke ja da sind die leutchen von youtube die gucken gerade zu die gucken gerade die die folge und ich habe ja gesagt dass ich das mal machen möchte und ich werde das nicht ankündigen ist halt immer so so eine spontane sache so das ist so cool dass wir so viel finden hier gerade das ist so mega ok da hinten da möchte ich auf jeden fall hin da möchte ich auf jeden fall hin da bin ich so gallig drauf und natürlich möchte ich hier mal gucken wo es hier lang geht wahrscheinlich ist das nur so ein rundgang da oben kommen wir auch noch irgendwo hin es ist so cool gerade alles auch für die leute im stream scheinlich zu sehen ich kann schon damit ein diamant hacke bauen akku kann jeden begrüßt der außer mich ich habe dich begrüßt rolf ich habe die begrüßt ich meine ja ansonsten noch mal hallüchen willkommen zum live lp schön dass eingeschaltet hast jetzt muss ich mal gucken dass ich hier auch den weg hierhin wieder finde Oh mich werde mal Hallo Hallo okay Merke machen wir mal hier sondern ich bin aufgestiegen luft 20 so ist muss mal gucken also Merke darunter das mache ich mal weg Bräuchte ich nicht. Da ist es mal ja auch mal weg. Auch mal weg. So, dann weiß ich. Da runter gehen. Das mache ich mir ein bisschen anders. Dann weiß ich, dass ich da runter gehen muss. Ich mache mir das mal. Ich weiß, es ist voll idiotisch, wie die Leute, die jetzt professionell Minecraft spielen, sagen, ey, was hast du denn da? Aber so kann ich mir das gut merken. So kann ich mir das echt gut merken. Wenn ich auf YouTube nachprüfe. So, mal schauen. Warte mal, hier rauf. So. Dann hier rauf. Das ist alles so verwinkelt geworden. Oh Gott. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Ich mache mir mal hier zwei hin. Da und da. Dann weiß ich ungefähr. Ich glaube, hier war der Ausgang. Oder? Ich glaube, ja. Wir sind doch von hier gekommen, oder? Ich glaube schon. Moment, was ist heute für ein Tag? Heute ist Montag. Montag. Den ganzen Tag mit Beleuchtung. So, willkommen zum Live-Let's Play. Für die Leute, die gerade alle im Stream einschalten. Das wird immer voller. Das ist deswegen so, weil ich es nicht angekündigt habe. Waren am Anfang nicht so viele da, aber jetzt wiegt die Bude so langsam voll. Wie gesagt, ihr seid gerade alle live dabei, wie ich ein Live-Let's Play mache. Und ja, das wird wie gesagt nicht angekündigt. Das wird spontan geschehen. Und für die Leute auf YouTube. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach, das war der falsche Ausgang, ne? Oh Gott. Äh, für die Leute, die halt gerne dabei sein möchten. Auf YouTube zum Beispiel. Schaut mal vorbei und guckt euch das mal an, wie das so läuft. Dann könnt ihr auch mal sehen, was passiert, wenn ich dann die Aufnahme wende. Und zwar, so wie jetzt gleich. Denn, ich würde sagen, für die Folge war es das erstmal gewesen. Und, ähm, ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Höhle. Und dann, ja, wir bauen glaube ich noch die Diamanthacke und sowas alles. Und dann müssen wir echt mal gucken, dass wir in der Höhle noch weiterkommen. Vielleicht tönen wir den Hexer mal gucken. Also, bis dann. Ciao.